Guten Tag liebe Kunden, es freut mich sehr, dass ich Ihnen kurz die Steuerungstechnik der Firma Biogastechnik Süd vorstellen darf. Mein Name ist Hermann Markus, ich leite ein sehr engagiertes Team von Elektrikern, Programmierern und Schaltschrankkonstrukteuren. Unser Produktportfolio umfasst einfachere Maschinen, aber auch sehr anspruchsvolle Maschinen. Das heißt, für die einfacheren Maschinen bauen wir und entwickeln wir einfachere Steuerungen, so dass die Effizienz zwischen Maschinen und Steuerung gegeben ist. Und für die anspruchsvolleren Anlagen, wie zum Beispiel unseren Lapoganten, haben wir natürlich auch eine anspruchsvolle Steuerung mit sehr, sehr vielen Funktionen entwickelt. Für alle Steuerungen, die einen etwas anspruchsvolleren Prozess begleiten, haben wir natürlich auch die Möglichkeit der Fernwartung geschaffen. Da kann unser Service jederzeit zugreifen und unseren Kunden bei der Bedienung der Anlage helfen. Aber auch wir als Entwickler können darauf zugreifen, können Fehleranalysen machen oder auch Erkenntnisse gewinnen, um unsere Software noch weiter zu optimieren. Als ein Beispiel unserer Steuerungen haben wir hier unsere Neuentwicklung für die Sepuganten direkt. Wir versuchen unsere Steuerungen immer so zu machen, dass die Bedienung intuitiv ist und dass anhand der Symbolik schon klar ist, was da passiert. Man kann das Ganze als Touchscreen bedienen. Man kann natürlich auch, was für den User das Einfachste ist, im Automatikbetrieb die Anlage betreiben und dann läuft alles voll automatisch ab. Die Innovationen aus der IT-Technik, aber vor allem auch die Ideen aus unserer Entwicklungsabteilung, was die Prozestechnik angeht, stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen, denen wir uns mit viel Enthusiasmus und Engagement gerne stellen. Die Innovationen aus der IT-Technik, werden wir uns mit viel Enthusiasmus aus der IT-Technik betreiben.